Guten Abend Herzlich Willkommen von der Hafenfront Hier seht ihr das das Cape Wheel und den Tafelberg Table Mountain Es ist relativ frisch Hier steht ein kleines Piratenauswuchsboot die Jolly Roger Da steht die Siebeln und 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 dutzende Schäfer Schlapper große Schleppe kleine Schäfer zwei Katamaraner und mehrere kleine Ausfußboote das ist das Cape Junior Markt Vorne wird Sylefonmusik Das hört sich so richtig geil an Der Tagesplan für morgen kann ich euch auch schon sagen Morgen geht's je nach Wetter auf dem Tafelberg Nächste Gondelbahn Aber ich muss jetzt ab jetzt alle mal richten und schon auch alle rausgekommen ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020